den ganzen abend gespielt und nicht eine niederlage wobei ja bei call of duty suchen und zerstören ja ja da haben wir jeden abend gezockt und kaum eine niederlage gehabt da war noch modern warfare und so ne war gut vier alter das war das erste modern warfare da war ich glaube ich unter den ersten 4.000 oder 5.000 einmal nicht diese kacke der buch ist noch besser als ich da konnte ich mit der sniper also zumindest in modern warfare auf jeden fall ja das war ja so mein erstes call of duty was ich gespielt hatte wo ich dann angefangen hatte hattest du doch schon was weiß ich mit dem prestige oder sollte ja kann man weiß hat alles gar nicht mehr aber ich fand so diese diese alten call of duty ist besser natürlich auch ich bin ab 5 bin ich dann richtig steig gegangen und beim modern warfare 2 war ich schon voller tier schon immer ein paar atombomben geholt aber alles versorgt danach unter dem schiff laufen musste dieser luxus dampfer black ops ja wo du dann einmal ja das war schon black ops oder das meint er nicht der luxus dampfer der war geil ja die ersten zwei waren gut naja schon black ops 2 das war ja relativ spät das war dich richtig scheiße wann das war dieses asiatische irgendwie so ein komisches was war das denn was war das denn wo du eine Runde losschicken konntest glaub ich ja das ging mir auf den sack ey das war black ops das erste was war so kacke ja da war mehr so asiatisch nach und danach kam dann wieder modern warfare 3 naja modern warfare 3 2 und 3 fand ich am besten ich gehe nach B B wo ist das denn überhaupt hier alter in der höhle ich guck durchs fenster einmal kommt dann durch ein wasserfall rein da ist einer der hat mich direkt erwischt alter in der höhle in der höhle einer im wasser von rechts kawaii einer ist im wasser einer ist in der höhle ich würde lieber hinten rum versuchen da ist der rubei junge alter da ist die bombe warte lauter du läufst an der bombe vorbei zurück zurück jetzt ist nach B komm jeder Ding legen dann verteidige die scheiße alter 1 gegen 4 alter komm gabaii bleib da bleib da bleib da bleib da bleib da ne ne bleib doch mal da ist zu weit von der bombe weg 1 gegen 3 hinter dir ist einer glaube ich da ist er 1 gegen 2 weg jeder weg jeder weg er ist allein links 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 im wasser gefahren alter noch einer hinter dir hinter dir hinter dir alter alter der war doch geil oder doch hast du doch dein highlight bitch alter ja hammer hammerhart alter mit traineranweisungen weißt du ja mit alles ey mit gehirnsteuerung alles ey den letzten habe ich auch nicht gehört dass der da war alter der Hund alter verteidigt die ziele die müssen kommen ne nicht wir die müssen kommen so ein bisschen wir so pushen das richtige ist ich guck da ins haus der schießt da schon einer alter ich habe einen von uns angeschossen er ist nicht gestorben zum glück die campen b ist gelegt ist das in der höhle ne ich geh hin rum ich geh mal durchs wasser ich guck mal da einen sehe ah der hat mich direkt am eingang guckt der boah im wasser war er aber der krieg tobt noch weiter wir müssen alles geben wichser guck mal wo aber operations ein satzpunkt wird gewechselt sichert die ziele bombe allein 0 2 hat mich bomba aktiv ich weiß nicht wo du warst in den raum links korrekt super ich dachte du wirst in handgelenken geschossen wo hingehen wir oder wo wir verteidigen sowieso da ist er schon mein gott hat er da eine falle gelegt ich habe gedacht so wie bei laura kraft kannst du länger schwimmen alter ich gucke manchmal so seitlich um die ecke was gar nicht geht alter der toten stelle da hängt meine kleine jetzt sind aus der hüfte wäre der weg gewesen das mache ich auch da vergesse ich immer ja und ich muss jemand nehmen für meine playmore hier alter rennst du gleich mal rein oder was ja sehr gut so wird das gemacht bereit machen für die nächste runde 1 zu klein und toten still läuft alter kontakt kawaii hat auch schon fünf alter kauf hat neutralisiert das ziel gebrauch der geht nach ab haben er hätte am Ende der Hülle war einer Ja, bei B. Ich muss vor allem schnell pissen. Mein Gott, waren zwei, ey, die Schweine. Ach, Alter, das hört man gar nicht mehr, ne? Ne, ich hab's auch nicht gehört. Früher kunst du das so gut hören. Kehr, 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 geiles Ding vorhin in der Höhle, kawaii. Hast du das gesehen? Jo. Das war witzig, ne? Aber die haben mich total gesteuert, ey. Der Jordan hat gesagt, links, links, zurück. Ich sag rechts. Wir haben hier alles gehört. Das war super, hinter dir. Wenn ihr gleich durch seid, dann schickt man eine Einladung. Ja. Obtik. Verbündete Drohne nähert sich. Guck mal, was er macht hier. Verbündete Vorräte nähern sich. Alle weggemobbt. Schöner Sieg, Alter. Ich hab noch nicht mal meinen Controller bewegt. Die letzte Runde. Ich wollte dir nur einen Finger abschießen. Alle CDP-Einheiten ausgeschaltet. Mein Gott. Du hast dich mit dem... Das hab ich nur gestritten. Das hab ich nur gestritten. Haha. Ja.